Aber wir fliegen jedes Jahr nach der letzten Runde am Ballermann, zwei, drei Tage. Seid ihr herzlichst eingeladen. Einmal im Jahr bin ich. Bist du wahnsinnig und läufst du da undercover rum? Schwierig, dort ist die ganze zweite Liga vertreten. Da kannst du nicht undercover laufen. Auftaktspressekonferenz am Ballermann. Ich glaube, es hat den Meister gefeiert, Gergert hat trauert. Wir sind siebter geworden, ich war so in der Mitte. Das war top.